Musik Kennst du schon das wunderschöne Zauberland? Hier gibt es Fische, an denen Süßigkeiten wachsen. In einem kleinen Wald direkt neben dem Schloss der Einhörner lebt die Pilzfamilie mit der kleinen Robbe Noni. Ein Einhorn kommt aufgeregt auf Noni und die Pilze zugaloppiert und ruft Brrr, der Regenbogen ist verschwunden! Da die Pilze die Farben des Regenbogens zum Wachsen brauchen, macht sich die Robbe Noni auf die Suche. Hilft Noni dabei, den Regenbogen für ihre Freunde wiederzufinden! Musik